Ich weiß, dass dieses Produkt entweder phänomenal sein wird oder der größte Flop 2022. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ein neues Produkt, was ich schon wirklich sehr, 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 sehr lange gesucht habe. Und nachdem ich eine ganz bezaubernde Mitarbeiterin bei dm bezirzen konnte, mir das Produkt aus dem Lager zu holen, habe ich es endlich hier. Trended Up bekommt eine neue Theke. Und in dieser neuen Theke ist das Wonderskin Cream to Powder 2 in 1 Foundation-Schätzchen mit drin. Das könnte super, super spannend sein. Es könnte aber auch einfach schief gehen und wir probieren es heute aus. Ich bin super, super gespannt und hoffe, dass es euch gut geht. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen auch direkt ins Video, weil der Tag ist noch lange. Die Foundation muss getestet werden und ich finde das echt spannend. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir unbedingt einen Daumen nach oben da lasst. Das hat ja beim letzten Mal auch schon super, super gut geklappt. Und viele von euch wussten gar nicht, dass es mittlerweile auch eine tolle Animation gibt. Also probiert es doch einfach mal aus. Vor ein paar Wochen habe ich ein DM-Update oder Drogerie-Update-Video gedreht. Und viele von euch fanden das echt spannend. Und ich tatsächlich auch, weil ich das so in der Drogerie auch noch nicht gesehen habe. Und ehrlich gesagt auch generell nie so ein Produkt war, so ein Cream-to-Powder-Produkt, was ich gerne oder was ich je überhaupt benutzt habe. Ich habe es ab und zu mal so bei Bronzern oder so, dass sie so eine Cream-to-Powder-Formule haben. Eine Foundation selber habe ich so aber nicht benutzt. Ich selber bin kein Fan von Powder-Foundations, die man wirklich nur so benutzt, weil ich finde, das wird immer nicht so ebenmäßig. Das könnte aber was für uns Mäuse sein, die einfach nicht so viel Zeit morgens haben. Oder auch generell einfach nicht so viel Lust. Erst Primer und dann Foundation und dann Concealer und dann dies und dann das. Deswegen könnte dieses Produkt wirklich ein Game-Changer für uns sein. Und wir probieren es einfach mal aus. Das ist die Wonderskin und die soll sich auf der Haut zu einem seitig-weichen Puder verbinden und vereint somit die aufbaubare Deckkraft eines Make-Ups mit dem mattierenden Finish eines Puders, reguliert unerwünschten Glanz, an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Made in Germany und das Ganze sieht einmal so aus. Das Packaging gefällt mir Tatsache sehr, sehr gut. Es ist so ein, ja, fast so ein gummierter Kunststoff und innen drin haben wir nochmal so ein Hot Neon, ja, ist aber so ein bisschen Pastell Neon Finish mit drin. Hier war noch nie jemand drin. Es ist sehr, 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 sehr glatt. Bevor wir das machen, müssen wir aber unsere Haut ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgen. Das ist natürlich bei Produkten, die Cream to Powder sind, immer recht wichtig. Vor allen Dingen, wenn ihr keine sehr, sehr ölige Haut habt, so wie ich. Also ich habe ja eine recht normale bis, ja, Tatsache etwas trockenere Haut und da muss ich wirklich viel Feuchtigkeit in reingeben. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute endlich wieder einen Code für euch von Jepoda habe und ich so ein bisschen meine Herbstroutine angepasst habe. Ich habe mein Gesicht heute Morgen auch schon mit dem Double Bubble gereinigt, einfach damit ich das ganze Öl und die ganze Pflege von gestern einmal abgenommen habe und mache auch direkt weiter mit dem Repair Hero. Der ist mit Probiotik und Niacinamiden und ihr könnt es wahrscheinlich erkennen, der ist schon fast leer. Der ist nicht nur die perfekte Grundlage für Make-up, weil er auch einfach richtig schön Feuchtigkeit in die Haut bringt, sondern er pflegt die Haut. Und gerade jetzt im Herbst möchte ich einfach, dass das Make-up richtig schön aussieht und so ein bisschen die Zeit genießen, die ich mit dem Make-up jetzt haben kann. Im Sommer ist das Make-up sehr schnell immer ölig, es wird alles immer zu viel. Frühjahr und Herbst ist die perfekte Zeit, ordentlich Gas zu geben mit Make-up. Und der Repair Hero pflegt nicht nur morgens und abends meine Haut, sondern ist auch wirklich einfach der perfekte Primer, weil er so ganz leicht sticky wird. Es gibt aber zwei Produkte, die ich euch heute noch ein bisschen genauer vorstellen möchte. Und das ist die Feuchtigkeitspflege. Und da hat Ihr Bruder zwei verschiedene Produkte. Einmal den Midnight Magic und einmal die The Make-up Day Cream. Die spenden bis zu 24 Stunden Feuchtigkeit. Und eine Sache fand ich daran ganz besonders schön, denn da ist Zika mit drin. Und Zika ist ein sehr, sehr bekannter Inhaltsstoff mittlerweile geworden. Gott sei Dank, denn er hat sehr, sehr viele Benefits. Die kleine Anekdote fand ich so süß, deswegen freut mich, dass ich euch das erzählen kann, während das nämlich die The Make-up Day Cream die Feuchtigkeit spendet und so ein bisschen Anti-Aging-Pflege hat. Zika ist ein anderes Wort für Tigergras. Und wusstet Ihr, dass Tiger, wenn sie verletzt sind nach einem Kampf oder wenn sie sich geschnitten haben oder wenn sie überhaupt eine Verletzung haben, sich selbstständig in Tigergras sohlen, weil es der Haut hilft, sich schneller zu regenerieren. Und durch diesen Anti-Aging-Wirkstoff ist natürlich auch die Haut richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt und sieht den ganzen Tag schön frisch aus. Und das ist etwas, was wir im Herbst immer so ein bisschen unterschätzen. Ich gebe mir sie auch gleich hier auf die Lippen. Und hier seht ihr auch noch so eine Unreinheit. Schon viel, viel besser geworden. Im Herbst trocknet die Haut extrem aus. Und dadurch können natürlich Viren und Bakterien viel einfacher in die Haut durch diese kleinen Mikrorisse eindringen. Und wenn Ihr eine schöne Pflege habt, die Eure Haut versorgt und die diese kleinen Mikrorisse schneller unterstützt bei der Heilung, dann habt Ihr auch overall ein besseres Hautbild. Die Haut sieht jetzt super schön mit Feuchtigkeit versorgt aus. Und das Beste ist, Ihr kriegt ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro die Midnight Magic gratis mit dazu. Die benutze ich vor allen Dingen abends, weil sie einfach richtig schön die Haut nochmal beruhigt. Und gratis mit dazu ist natürlich super gut. Ihr braucht Euch auch keine Sorgen machen, weil bei Yipoda gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Einfach, dass Ihr das Ganze mal ausprobieren könnt. Ich verlinke Euch die Produkte von Yipoda einmal unten. Wirklich schöne, hochwertige Pflege, made in Korea. Alles ist vegan, alles ist cruelty-free. Wenn Ihr die Produkte von Yipoda habt, eine sehr, sehr ausgewogene Pflegeroutine, die gerade jetzt im Herbst wirklich elementar ist, dass das Make-up auch schön aussieht. Und wir starten jetzt mit der Foundation. So, die Base ist einmal drauf, die Pflege ist einmal drauf. Ich habe einen richtig schönen Glow drauf. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Sie hat mir leider nur die eine Farbe mitgegeben, aber wie benutzt man das? 10 Gramm sind mit drin, lag bei 4,35 Euro, glaube ich, was in Ordnung ist. Und das ist sehr, sehr cremig. Ich kann keinen Duft wahrnehmen und das schmilzt sehr, sehr schön am Finger. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja, ist ein bisschen hell jetzt. Also, noch merke ich nichts Pudriges, Tatsache. Ich hole Euch mal ein Stückchen heran. Ich nehme jetzt direkt mal eher so einen Foundation-Brush und gehe da mal rein. Und wir tupfen uns das einmal hier richtig schön in die Haut. Ja, man sieht, es ist ganz schön hell, aber da könnte ich dann nochmal was holen. Es geht aber überraschend einfach gerade. Also, ihr seht es mit so einem festgebundenen Foundation-Brush. Sieht das Ganze gar nicht so schlecht. Also, was mir gerade direkt auffällt, ist, selbst wenn ich mit so einem Foundation-Brush arbeite, habe ich nicht so ein, also wenn du eine flüssige Foundation benutzt, dann haben wir immer so ein Produkt, was, oder so eine Foundation, so Streifen in der Foundation. Das ist jetzt hier nicht. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen am Auge lang. Die Deckkraft ist sehr, 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 sehr gut. Normalerweise teste ich ja manche Sachen einfach schon mal vorher so ein bisschen, um zu schauen, wie es hält, um euch dann eine Review zu geben. Ich bin literally gerade aus der Drogerie zurückgekommen und muss sagen, der erste Eindruck von der Applikation her mit dem Pinsel, phänomenal. Also, das geht sehr, 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 sehr gut. Und hier unter meinen Augen, die Deckkraft ist sehr, sehr hoch. Ich nehme mal so einen Schwamm und gehe jetzt einfach mal so ein bisschen rüber und arbeite es mir noch ein bisschen mehr in die Haut. Und das Finish ist tatsache gar nicht so matt wie gedacht. Wisst ihr, woran mich das erinnert so ein bisschen? An diese Foundation von KBD Beauty, die Good Apple Foundation. Die war ja auch krass in der Deckkraft, ne? Aber die sieht ein bisschen tragbarer aus. Vielleicht habt ihr das Produkt ja auch schon getestet. Dann schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich fühle euch jetzt mal ganz, ganz nah ran. Es sieht tatsache aus, als hätte ich einfach nur eine sehr, sehr gute mattierte Haut. Aber es fühlt sich nicht trocken an. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es so richtig pudrig geworden ist. Es ist einfach nur sehr, sehr schön mattiert und gibt mir jetzt nicht das Gefühl, als bräuchte ich jetzt noch groß Puder oben drüber. Wisst ihr, was ich meine? Hier seht ihr, so ein paar Unebenheiten sind mit dabei. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich gehe jetzt hier einmal nur rein und buffe mir das so richtig schön in die Haut. Und dann sind diese Unebenheiten gleich korrigiert. Hä? Ihr seht das, ne? Also man kann es auch wirklich aufbauen hier an den Stellen, wo so ein paar Rötungen noch mit dabei sind. Und das Schöne ist, wenn ihr eine gute Feuchtigkeitspflege habt, dann wirkt das Ganze auch nicht so super, super trocken. Ich gehe jetzt nochmal mit einem Beauty-Schwamm hier rein und arbeite mir das auch mit dem Schwamm ein. Also man sieht jetzt keinen Unterschied. Mit dem Schwamm wird es natürlich noch ein bisschen ebenmäßiger, wobei es mit dem Pinsel sehr, 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 sehr gut funktioniert hat. Unabhängig von der Farbe, welche mir gerade extreme Flashbacks gibt, zu mir vor zwei, drei Jahren, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es, also es war schon fast zu einfach, das Produkt ebenmäßig aufs Gesicht zu kriegen. Weil das war so ein bisschen meine Angst, dass das Produkt sehr fleckig auf der Haut aussieht, wenn es so richtig, richtig pudrig wird. Wir machen jetzt mal weiter. Ich bin gespannt, wie ich Concealer noch drüber geben kann. Und gebe mir einfach mal hier ein bisschen was unter die Augen und blende das Ganze einmal aus. Das ist halt immer ganz spannend zu sehen, wie sich die Produkte dann miteinander verhalten. Weil so ein Cream-to-Powder-Concealer habe ich auch noch nicht gehabt oder auch irgendwo gesehen. Aber ich überlege gerade, was ist der Vorteil von diesem Produkt, ne? Abgesehen davon, dass es halt extrem schnell jetzt gerade ging. Das ist schon krass, weil es sehr, sehr nicht so übertrieben glowy ist. Und viele von euch mögen es einfach nicht, wenn ich immer so aussehe wie so eine kleine Specksparte. Das ist, also es ist, es fühlt sich nicht trocken auf der Haut an. Das kann ich ganz klar sagen. Es ist nicht trocken auf der Haut und es ist auch nicht so pudrig, wie ich gedacht habe. Ich finde Cream-to-Powder, finde ich, schwierig, weil es noch nicht so pudrig geworden ist. Das Finish an sich ist aber einfach schön. Um das Ganze farblich so ein bisschen anzupassen, gehe ich jetzt einfach mit ein paar anderen Creme-Produkten rüber. Ich nehme jetzt einen Cream-Bronzer, den ich mir hier so ein bisschen mit eintupfe. Überall, dass das Ganze ebenmäßiger ist. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze sich über den Tag verhält. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so schnell ölig wird. Meine Angst ist nur, dass sich das Öl der eigenen Haut, das Produkt so, oder dass das Öl der eigenen Haut, das Produkt so ein bisschen zersetzt. Das kann ich jetzt aber noch nicht so ganz einschätzen. Ich habe kaum Puder benutzt, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass ich viel Puder brauche. Ich bin einfach immer mit den restlichen Puderprodukten an Pinseln langgegangen. Hier war beispielsweise noch so ein bisschen Bronzer dran. Und da bin ich jetzt einfach über die Stellen gegangen, wo ich üblicherweise Bronzer hinsetzen würde. First Impression. Das ist, ich bin ein bisschen gehypt gerade selber, weil ich damit absolut nicht gerechnet habe. Ich habe wirklich schon in meinem Leben sehr, 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 sehr viele Foundations getestet. Freue ich mit euch. Und du weißt oft alleine schon, wenn du den Namen vom Produkt hörst oder auch den Preis und alles zusammen siehst, dass es nicht, also, dass allein die Applikation schon nicht so schön wird. Das war extrem, extrem einfach zu benutzen. Hätte ich jetzt nicht so lange gequatscht, wäre ich innerhalb von fünf Minuten mit meinem kompletten Make-up fertig gewesen. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, 1 zu 0 für Trended Up. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze über den Tag verhält. Es ist jetzt 9 Uhr. Das heißt, wir haben noch wirklich den ganzen Tag vor uns. First Impression. Nice. Das ist ein sehr, sehr natürliches Finish. Ich überlege die ganze Zeit, mit welchem Produkt ich das Finish vergleichen könnte. Mir fiel jetzt als erstes die Eastrop Foundation von Fenty ein, die ja auch nicht so matt ist, aber die ist auch nicht so glowy. Die hat eine leichtere Deckkraft, ist aber nicht zu leicht, sondern gibt ein sehr natürliches Finish. Ein mattiertes, natürliches Finish. Und das gefällt mir sehr, sehr gut gerade. Ich bin ein bisschen überrascht. Wir starten einfach mal in den Tag und schauen mal, wie das ganze Produkt so über den Tag performt. Ein kleines Update mal. Es ist 14.25 Uhr. Ich habe den ganzen Spaß schon eine Weile in meinem Gesicht. Was habe ich gemacht? Ich habe Essen gemacht, ich habe gegessen, ich habe Koffer gepackt. Ich habe sehr viel körperliche Aktivität gemacht und habe zwischendrin auch schon den ersten Teil von diesem Video geschnitten. Was mir sofort auffällt, ist, dass sie hier, da könnt ihr es ganz gut sehen, hier am Wannknochen, da wo ich eigentlich gar kein Puder wirklich benutzt habe, nur die Produktpuderreste auf den Pinseln, dass es nicht so matt ist, wie ich vermutet hatte. Was mir aber ganz gut gefällt, das muss ich dazu sagen. Also meine Haut, also ihr kennt mich mittlerweile. Ihr wisst, dass ich es nicht so gern mag, wenn die Haut so crusty, dry und trocken und so krustig aussieht. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Man sieht so eine leichte Bewegung auf der Stirn, an den Wangen, an der Nase. Also zersetzt hat sich aber nichts. Wo sich so ein klitzekleines bisschen mehr Liebe gebrauchen könnte, ist beispielsweise unter den Augen. Da habe ich ja auch das Produkt verwendet und ich vermute, dass es für meine Augenfältchen, die ich dort habe, vielleicht an der Stelle zu viel war. Overall sieht das Ganze aber immer noch phänomenal aus. Also brauchen wir gar nicht lange drum rumreden, um den heißen Brei. Es sieht für das, was ich gedacht habe und für den Preis, ich meine, ich denke, kostet 4 Euro, sehr, sehr gut aus. Kritikpunkt, ganz klar, die Shade Range. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn das gut ankommt, auch noch erweitert wird. Also es gibt, glaube ich, jetzt gerade zwei Farben. Fünf wäre schon ganz nice, weil ich dann auch glaube, dass man daraus ganz, ganz tolle andere Produkte machen kann. Ein Bronzer, ein Blush, Concealer muss nicht unbedingt sein. Kleiner Tipp an Trended Up, hit me up. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl. Für die Zeit, die ich es schon im Gesicht habe, super gut. Wir testen das natürlich noch weiter. Ich muss noch ein bisschen Gartenarbeit machen, weil es wird hart heute für die Foundation. Aber bis jetzt, gut. Oder? Was sagt ihr? Alright, here we go. Es ist mittlerweile 17.30 Uhr. Ich bin noch ein bisschen aus der Atem. Ich komme nämlich literally gerade aus dem Garten. Ich hatte hier eben auch noch so ein bisschen Erde an meiner rechten Wange, aber das soll nichts zur Sache tun. Es ist viel Arbeit, so einen Garten Herbst ready zu machen. Habe ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Aber guess what, Freunde? Ich habe jetzt einen kleinen Kritikpunkt. Schaut mal, unter den Augen hat sich das jetzt alles so ein bisschen auseinandergesetzt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es nur die Foundation war oder die Kombination aus Foundation und Concealer. Das Allgemeinbild zählt aber. Und wenn ich euch gleich wieder rauszoome, dann wäre das ungefähr die Entfernung, wenn man sich so in echt sieht. Ich muss sagen, für 4 Euro, was kostet es? 4,35 Euro. Da kannst du nichts falsch machen. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, für die Mäuse, die wirklich recht schnell ein Produkt im Gesicht haben wollen, ähnlich wie das Magic Finish, rauf, bisschen verblenden, bisschen Blush, bisschen Bronzer. Du musst nicht mal wirklich darauf achten, ist es jetzt Cream, ist es jetzt Powder, wird es fleckig, sondern du machst einfach rauf und bist fertig. Und ich glaube, dass das vielleicht für euch was sein könnte. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich warte, bis die Theke einmal geupdatet wurde. Dann hole ich mir auch nochmal die andere richtige Farbe. Und kann mir vorstellen, dass das für unterwegs, für man fährt mal ein Wochenende weg, musste nicht die ganze Glasflasche mitschleppen, eine gute Sache ist. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Produkt sagt. Vielleicht habt ihr es ja auch schon ausprobiert. Dann schreibt mir eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Kleine Erinnerung, schaut unbedingt einmal bei Jepo da vorbei. Dort gibt es mit meinem Code diese Schätzchen hier bei Mindestbestellwert von 69 Euro gratis mit dazu. Ich freue mich jetzt, wenn ich mich jetzt mit meinem The Calm Balm abschminken kann. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch, ciao!